Shana Tova, alle zusammen. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Rosh Hashanah und Yom Kippur. Nach dem Urteil möchten wir Hakadosh zeigen, dass unsere Herzen reiner sind und wir ein gutes Jahr wünschen. Wir wollen Sukkot feiern und die Pflicht der Tora erfüllen, voller Freude zu sein. Ein besonderer Vers in der Tora befiehlt uns, während Sukkot fröhlich zu sein. Aber wie können wir glücklich sein, wenn tausende arme jüdische Familien in Eretz, Israel, während des Feiertags nichts zu essen haben? Sie kämpfen das ganze Jahr. Unsere Beesrat Hashem-Organisation hat kürzlich alles getan, um am Israel zu helfen. Essen zu geben, Tora zu lehren und sowohl spirituell als auch materiell zu unterstützen. Wir veranstalteten drei Siyum Hashas, eine vor Rosh Hashanah. Nach Rosh Hashanah und Yom Kippur brachte dies große Stärke für Israels Armee, besonders im Krieg, wo wir offene Wunder sehen, Baruch Hashem. Wie in den Videos gezeigt, verteilten wir Lebensmittel an mehreren Orten wie Jerushalayim, Pneibrak und Netanjah. Wir halfen hunderten von Witwen und Waisenfamilien, die dringend Nahrung benötigten, nicht für Extras, sondern weil sie sonst nichts hatten. Viele andere Menschen brauchten ebenfalls unsere Hilfe und wir taten unser Möglichstes, um sie zu unterstützen. Wir haben fast 12.000 Menschen erreicht, Hashem. Um HaKadosh zu zeigen, dass unsere Herzen reiner sind, wollen wir am Israel glücklicher machen. Bitte unterstützen Sie am Israel und spenden Sie. Zeigen Sie HaKadosh, dass unsere Taten von Herzen kommen. Gemeinsam bewirken wir Wunder und demonstrieren die Stärke und Einheit unseres Volkes in diesen schwierigen Zeiten. Wir zeigen Liebe durch Taten. Investieren Sie, wo es zählt. Spenden Sie großzügig, um mehr Menschen zu helfen, besonders während der Feiertage. Viele Familien benötigen dringend Unterstützung für Grundbedürfnisse. Mit ihrer Hilfe könnten wir statt 12.000 bis zu 20.000 bedürftige Familien erreichen. Ihre Unterstützung ist entscheidend. Jeder Beitrag macht einen Unterschied. Der Schlüssel ist viel zu tun, um unsere Freude auszudrücken. Wir möchten am Israel glücklich machen. Danke. Möge Hashem Sie tausendfach segnen für Ihre Spenden zu dieser Kampagne. Koltow. Braha Vatslacha.